Eintracht 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 St Dein Zeck wieder Inseln Okay, gut Warum stirbst du am Anfang immer so schnell? Du schlägst Warum nicht? Das ist toll Echt? Du kannst du nicht schlafen, du kannst du nicht schlafen Du kannst du nicht schlafen Du kannst du nicht schlafen Du bist ein Penis Ich bin ein Penis Wir sind ein Penis Ich bin ein Taubes Nüßchen Du bist ein Taubes Nüßchen Wir alle sind Taubes Nüßchen Ja, das kommt doch noch Ich hab doch hier, du weißt doch schon Scheiße Ich hab doch hier Du kannst über Tickets starten Ja, du musst über Tickets starten Hammer gay? Ich find's gut Ich bin ein Taubes Nüßchen Bist du gar nicht? Ich bin ein Taubes Nüßchen Du bist ein Taubes Nüßchen Du bist dein Taubes Nüßchen Ja, also Jascha erklär jetzt mal was Tickets ist Hä, das hast du Hast du mir gerade gezeigt? Das hast du mir gerade gezeigt Das hast du mir gerade gezeigt Das hast du mir gerade gezeigt Das hast du mir gezeigt Das hast du mir gezeigt Das hast du mir gezeigt Bitte, ich mache jetzt Ein Gummi Nein, mach ich jetzt nicht Ich hab gar keine Kohle Ja, ein Gummi von zwei Leute Ja, auf jeden Fall Ey, warum jetzt spät mich noch? Boah, das nervt Wenn du mich tötest, ne? Hallo, du hattest Fallschaden So, ähm Hörst du jetzt auf? Bitte Ich hab keine Kohle Komm, wir gehen jetzt Minen 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 Au Ah, Schmerzen Ich baue Birken ab Du baust Birken ab Wir alle Bauen Birken ab Ich baue Bäume ab Habe ich das Holz nicht schreckt, Alter Ey Ey, komm, wir müssen jetzt hier in das Stein voll reinbauen Wo läufst du schon wieder hin? Zu ne Höhle Na, ok, wir gehen nur in ne Höhle Wow, da ist Eisen Nein, wir haben keine Kohle Da kommt Eis runtergeflogen Ey, was ist das mit den Steiner unten? Was? Marvel ist das Damit kann man coole andere Steine machen Du musst nur aufpassen wegen Creeper und so, ne? Ne, die grüße ich immer Geht was denn hin? Ja, das glaube ich dir sogar So dumm bin ich, ja Kann ich das abbauen? Nein Ich brauche einen Ofen Das hast du mir jetzt? Ja, ich kräfte gerade hier unten ein Komm mal mit her Ey Was ist das hier? Ja, das ist ganz einfach Wir bauen Kohle, Mann, hast du Kohle? Das ist sehr cool, da haben wir haltetütet, oder? Achja, stimmt Da ist Uran Also ich lese das Was? Das ist glaube ich Silber, was du Oder Silber oder Zinn Warte, das ist Zinn Ja, das ist Zinn Und Silber, nicht? Aber halt, das mach ich nicht geiles Nein, ich will doch nur Kohle, ey In der Höhle ist kein bisschen Kohle Oh, hier ist Weißes Und hier Blaues Ja, dazu brauchen wir Eisen Und dafür brauchen wir Kohle Aber hier ist nirgendswo Kohle Ey, such mal mit Kohle Ich brauche gerade Eisen Du hast doch gar keine Kohle Holz Oh, Döde Flint, meins Vor allem meins Nee, hier geht's nicht weiter Aus dem Silber mach ich mir geil ein geiles Schwert Geht nicht Mach ich aus den, aus den hier Saphiren, das hier ist mein geiles Schwert Oh, nein, wir heben das auch und verwenden es für allgemeine Zwecke Das ist nicht Nein Oh, da hab ich kein Holz mehr für Stiggis Das ist noch Holz für Stiggis Nein Geh mal nach Hause und wo Holz für Stiggis Nein, hier sind überall Zombies Hi, hier ist noch ne Höhle Ja, komm, die scheiße hier jetzt sind's auch Ja, warte, ich such gerade noch Kohle Oh, da ist Kohle Oh, da ist Kohle Ah, und hier ist ein Zombie Warte, bleibt dort, halt dort die Stellung Nein, bleibt dort, ich komme gleich mit Kohle Oh, hier ist super Wir haben ihn nicht abbauen Ich weiß Oh, das ist ein Zombie Ich muss Holz für Stiggis haben Hast du das Eisen noch? Ja Gott Geh gar nach oben Du bist ein Taubes Oh Schwein, du hast dich voll erschreckt, Alter Schmiedekunst Ey, pisse dich Mein Eisen Du Pupser Alter, warum pustest du die ganze Zeit so sehr in das Mikro, das nervt voll Nein, ernsthaft, das nervt übelst Mh Wie Eisen Ey, komm, das war mal eins Das ist auch noch was eingepackt So, komm mal hier, Alter Guck mal hier, Alter, ich kann dich nuklear in die Luft springen BAM! So, jetzt können wir wieder zu unserer Bude gehen, oder? Noch mehr Eisen zu Noch mehr Eisen finden Du bist so ein Dödel, warum tust du das an? Was meinst du? Genau Verweicht den Ofen und den Crafting Tablet Nein, heißen Nein Nein Der ist gut Der ist gut Der ist gut Oh mein Gott, war ich sehr stark Brauchen wir richtig viel davon Komm, wir tun hier alles abbrauchen Mach mal, stehst du rum, wo was ist Dödel So Das ist gar nicht schlagen So Ey, Leute, findet ihr, dass Dödel ein Schimpfwort ist? Ich finde es nicht Was? Müsst du gleich sehen, was sie kamen gehen Wir müssen mal schlafen gehen, oder? Fieber mit Steincheck Ja Oh Gott, das ist ein Skelett Was? Das war nicht mit Absicht So, du bist denn da Lass mich Was? Lass mich falsch Du gehst mir immer mehr Egal Auf den Tisch Äh, jup Bist du bei unserer Hütte? Gut Ich will das jetzt nicht Nein, ich tue Spinni Dödel Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht Merkst du was? Well, komm ich zu dir ins Bett Oh mein Gott, geil, 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 geil Ist ein blaues Schwert, oder? Oh, hast du dir das jetzt wirklich daraus gemacht? Nein, du bist so ein Dödel Doch hast du gemacht, wenn du schon zu redest Ich hab fünf gehabt und ich hab immer fünf Ah, oh mein Gott, du bist so ein verschwenderischer Kerl Das hat der, der bei Skyblock, der von Schussburg wollte Ja und? Das hat der, der bei Skyblock, der von Schussburg wollte Das auch mal noch kam es zu nichts Am Arsch ist der Am Arsch ist der Was? Ich mach doch gar nix Mit den Schwerter aus Nein Jetzt gibt's die Dinger her Doch ich hab sie nicht So Marble Mit den Schwerter aus wollen Das sind fünf Mann Ja Jetzt ist das halbwegs raus Nö Mach dir kein Schwert, Mann Okay, du darfst da auch eins machen Yeah Jetzt hab ich die ganzen Lügel geschnitten aus ganz Glück So Nein, lass Ey So So Was denn? Eisen Du bist der Taube Schat Was denn? Brauch mal diese anderen Öfen Was für andere Öfen? Wär doch letztens was andere Öfen als mit dem Jungs gesperrt Eisen Eisen, Eisenöfen Hä? Eisenöfen Ja, dann bauen wir halt Eisenöfen Oh mein Gott, du bist ein Penis Gib mir mal Fackeln, nur wegen Kohle zu Fackeln Ich hab keine Kohle mehr Das ist so ein Verschwinden Das ist für mich verschwindender Schül Das ist für mich verschwindender Schül Hier ist Kohle Hast du jetzt die Kohle, du trau- Ich brauch auch etwas Ähm Wir brauchen jetzt unbedingt erstmal Gras Ich geh zu meinen Ähm Ich auch Öfen sie jetzt rein zu bieten Ja, ich baue bei unserem Haus eine Mine Das war's immer Warm War's jetzt schon wieder Hast du noch was von diesem Marble? Warm Hast du noch was von diesem Marble-Prick? Marble? Marbell Ja, oder nein? Ja, oder nein? Nein, die kann man doch mitnehmen Wenn wir unterwegs was craften müssen Ja, dann gib mal eine Ja, gleich, oder? Kann man sich auch so ein bisschen irgendwas machen? Ähm, Batterien Boah, ist das kompliziert Das ist total kompliziert, ey Ich sag nur Batterien Boah, ist total kompliziert Bist du auf die Fresse? Bist du auf die Fresse? Was ist denn dein Scheiß-Problem? Ich sag was immer Was? Boah! Oh Immer schlägst du mich Das macht mich immer so traurig Hast du mich jetzt zuge... Nein, bloß nicht, ne? Ach, Tito Warum kann ich keine Rate-Points zahlen? Das ist doch scheiße Kannst du doch Wie denn? Ja, geht aber nicht Doch Komma drücken Komma? Ja Okay Pause Eigentlich ist es ja auf X und M, ne? Hier ist es auf Komma und Äh Bei mir ist es auf Y und X Die Wahrscheinlichkeit groß Äh, äh, äh Ein Äh, 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 ja BAM! 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 Was ist mein Schwer weg? BAM! Warum hast du denn ein Schwer weggebrochen? Bist du ein Töde? Hallo Sag mal Dödel Sag mal Dödel Das ist jetzt vorbei Dödel Na! Du bist so gewollt Du bist so scheiße Nein, hast du gerade nicht gemacht, ne? Du bist froh jetzt Genau Jetzt bin ich wieder schuld Wieder Danke, Robin Ja, ich bin immer noch eingesperrt Was ist mein Schwer weg? Ja, du hast mich eingesperrt Bambus! Ja, braucht man alles Hm Ganz viel Glück, lass meinen Haaren zurückgehen Echt nicht? Weil, jetzt bin ich im Summen von der Siedlung gekommen Ha Voll gibt das, ey Na, mir egal Ich hab's ab Ja, kann man ja im Kompressor glaub ich dann auch machen Wolltest du nicht meinen gehen? Das ist keine Hölle Warum baust du dir nicht einfach eine Linie? Weil ich auf Abenteuer stehe Achso Leute, hier ist eine fette Hölle mit Orangenzeug auf dem Boden Äh, Kapper Ja, und vier Skeletten und Oh genau, wie geil die AB aus, Alter Wie in so einem Dreieck stehen ganz hinten vier Skelette in der Mitte in der Mitte, ähm, drei Zombies Ja, vor, zwei Kriege und ein Moment von Lendermans Er ist ein Enderman? Was hast du jetzt erfunden? Gib's zu